Ich werde den Pulli mal machen. Ich wollte dich doch nicht besuchen. Ja. Ich werde dich doch nicht besuchen. Oh, yay. Woah. Ich bin noch nicht besuchen. Ist das hier? Ist das hier? Ja, cool. Cool, du hast Brötchen. Ja, was ist? Entweder wäre ich auch so eine riesige Steck verpassen. Und dann holst du noch eins. Sila! Sila! Da oben! Was ist da so spannend, sind sie ein bisschen? Und dann kommt... Ui! Ah! Hameli! Oder Andy, für dich vielleicht? Andy, Andy! Andy, trock doch wieder so laut! Heli! So! Lecht, nehm! Heli! infiltising Okay, Yves, ich verstecke jetzt hier alle noch und ähm... Seh, wir können wohl noch ein bisschen anklieren. Eli? Eli? Ich will lieber springen. Das kann ich. Also, ich will lieber springen. Vierst du auch, bei mir? Ich bin nochmal. Ich bin nochmal. Echt? Echt? Ich muss gut kommen. Ich muss dich kommen. Juhuuu. 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 Juhuu. 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 Vielen Dank.